Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Additiverfertigung beginnen wollen oder Sie erfahrener Anwender sind bereits und 3D-Druck schon einsetzen oder sogar 3D-Drucker verkaufen, Dienstleistung in dem Sinne verkaufen oder Zubehörlieferant sind, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck braucht Commitment. Was meine ich damit? Also egal, ob Sie jetzt Anwender oder auf der anderen Seite sind, also Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, beide wissen, dass 3D-Druck funktioniert. Und das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, also einerseits der Anwender oder der zukünftige Anwender kennt 3D-gedruckte Teile. Der hat schon mal vielleicht bei einem Webinar teilgenommen, hat in der Vergangenheit mal sich auf einer Messe Teile angeguckt oder es war mal ein Dienstleister vor Ort und hat den Musterkoffer geöffnet. Oder Sie haben sich mal Musterteile kommen lassen und haben vielleicht auch Berichte gelesen. Also 3D-Druck funktioniert, es werden Anwendungen gedruckt, es werden Bauteile erfolgreich eingesetzt und der Anwender stellt sich aber eher die Frage, ob und wie kann mir 3D-Druck jetzt überhaupt helfen. Und dann gibt es ja auch, dass 3D-Druck funktioniert, natürlich auch die Seite des Dienstleister, der täglich Teile druckt, der komplexe Anwendungen analysiert und die Bauteile schlussendlich dann in Form bringt und druckt. Der weiß, wie es geht, der weiß, dass es klappt und er gibt auch nur zu, in dem Sinne, dass es klappt, wenn er dann sagt, gut, ich traue mir zu, diese Teile zu drucken und diese Anwendung auch zu machen. Und er kann natürlich dem Anwender sagen, ob es klappt und wie es funktioniert an der Stelle, also der liefert die Antworten auf die Fragen vom Anwender. Und dabei gibt es jetzt eine Sache, die super wichtig ist und dort kommt Anwender und Dienstleister ganz oft nicht zusammen. Also der Anwender sagt, ich habe zwar eine Anwendung und ich möchte die Teile gern drucken lassen, aber ich tue es dann doch nicht. Und andererseits kommt der Dienstleister und sagt, das wäre möglich und ist dann enttäuscht, warum der Anwender es nicht drucken lässt. Und ganz am Anfang, im Vorfeld, gibt es einige Bestandteile von Seiten des Anwenders, dass er sagt, ich habe einfach noch kein so großes Vertrauen in diese Technologie, das ist alles noch relativ neu. Ich weiß, dass es funktioniert, aber nicht wie es funktioniert und ob es im Detail auch mit meiner Anwendung funktioniert. Da ist man mehr so in dieser Analysephase. Und dann, wenn man aber vielleicht ein Angebot bekommen hat zu den Teilen oder ein Angebot zum Drucker und man sagt, man könnte jetzt starten, dann kommt zum Schluss eher diese Unsicherheit. Und diese Gründe, da fragt man sich dann, warum macht man es eigentlich nicht? Und da gibt es so Punkte wie, passt auch wirklich die Oberfläche von den Bauteilen, die wir vielleicht bestellen oder dann selber drucken? Hält es die Festigkeit, macht das Material, das mit, was wir gerne vorhaben und wie teuer ist das Ganze, auf welchen Preis komme ich da, lohnt sich das Ganze überhaupt? Also, wenn man sich so diese Kette mal anschaut, und das ist jetzt sowohl für den Dienstleister, Hersteller als auch Zubehörlieferant wichtig, als auch für den Anwender. Wenn man sich also jetzt von links nach rechts mal so einen Zeitstrahl anschaut und dieser Zeitstrahl in drei Kategorien unterteilt ist, also am Anfang, in der Mitte und am Ende, dann ist am Anfang natürlich so diese Anbahnung, so dieses Interesse, was kann ich damit machen mit 3D-Druck, hilft mir das Ganze, wo finde ich Anwendungen, mit welcher Technologie mache ich das? In der Mitte ist dann so diese Beratung, wenn man dann mit dem Hersteller oder Dienstleister spricht. Und in der Beratung sind die Hersteller, Dienstleister und Zubehörlieferanten auch wirklich sehr gut, weil doch natürlich Expertenwissen da ist, weil man schon viele Anwendungen gemacht hat. Und dann zum Schluss steht die Entscheidung. Also die Entscheidung in dem Sinn, dass man sagt, macht man es jetzt oder macht man es nicht? Und da gibt es natürlich immer Unsicherheiten. Funktioniert das Ganze? Man will das Ganze nochmal nachprüfen? Man hat so eine Schutzhaltung und sagt, gut, ich muss das nochmal mit einem Kollegen besprechen, das Datenblatt nochmal durchlesen, vielleicht mal eine Musteranwendung drucken etc. Und jetzt heißt es ja in dieser Podcast-Folge, 3D-Druck braucht Commitment. Aber welches Commitment braucht man denn jetzt? Und es ist ein Commitment von beiden Seiten. Denn einerseits braucht der Dienstleister das Commitment vom Anwender am Anfang, dass man sich helfen lassen möchte, dass man auch zugibt, ein Problem zu haben. Und dass man sagt, gut, ich möchte darauf zurückkommen, dass ich auf die Unterstützung zurückgreifen kann vom Dienstleister. Und dann braucht man aber auch das Commitment, dass man auch offen zugibt, was macht mich denn unsicher zum Schluss und dort einfach offen drüber spricht. Also lassen Sie uns diese drei Bestandpunkte mal ganz kurz auseinandernehmen, die jetzt sowohl für Anwender als auch für den Dienstleister oder für den Serviceanbieter in der Sache wichtig sind. Und das sind bei der Anbahnung und bei dem Interesse, das am Anfang da ist, einfach folgende Punkte. Und zwar, wenn Sie jetzt aus Sicht des Dienstleisters betrachten, erstens, ist der Kunde in meiner Zielgruppe? Kann ich dem jetzt überhaupt helfen? Denn es macht oft keinen Sinn, dass wenn Sie vielleicht Experte im Bereich Kunststoff sind und vielleicht mit einem anderen Dienstleister im Metallbereich zusammenarbeiten, aber die Metallanwendung in Ungarn machen, ja, dann stellt sich die Frage, ist derjenige überhaupt in meiner Zielgruppe? Oder der Kunde hat vielleicht eine Spezialanwendung mit einem speziellen Material oder Keramik als Beispiel, das ja nicht so weit verbreitet ist jetzt, dieses Material, dass man sich fragt, gehe ich denn überhaupt den Weg und gehe ich mit dem Kunden überhaupt gemeinsam den Weg, mit dem potenziellen Kunden? Also der erste Punkt ist Zielgruppe. Zweitens, damit man auch wirklich mal nachfragt, lieber Anwender, möchtest du denn überhaupt Hilfe? Möchten Sie denn überhaupt 3D-gedruckte Teile? Na, es ist aus meiner Sicht eine ganz offene und ehrliche Frage. Weil, wenn er schon bei Ihnen angefragt hat, dann, wie soll ich sagen, wenn meine Frau jetzt hergeht und auf einem Webshop geht und sich Schuhe anschaut, ich glaube, dann hat sie sich auch dafür entschieden, irgendwann Schuhe zu kaufen. Na, man geht nicht einfach per Zufall auf eine Webseite, wo man Schuhe kauft. Oder man fragt nicht einfach per Zufall bei einem Dienstleister an. Und dann sollte man natürlich auch fragen, als dritter Punkt, warum tut man denn sich so schwer, 3D-gedruckte Teile jetzt einzusetzen? Woran hakt es? Also, da darf man auch als Anwender ruhig mal zugeben, dass man eine Problematik hat und in dem Fall keine Antwort gibt mit, ja, wir haben jetzt kein Problem und ja, wir wollten nur mal gucken, ob das geht. Ja, wenn Sie gucken wollen, dass es geht, dann steckt meistens auch eine Problematik dahinter, dass irgendwas nicht geht. Und das sollte man auch ganz offen und ehrlich einfach mal kommunizieren. Und dann zum vierten Punkt sollte man fragen, möchte man denn überhaupt Unterstützung erhalten? Klar, wenn man schon anfragt. Aber bevor diese vier Bestandteile jetzt auf Metaebene nicht wirklich geklärt sind, dann frage ich mich, ist eine nachgefolgerte Beratung auch wirklich sinnvoll? Dass man einen Weg aufzeigt, wenn man gar nicht das Commitment eingegangen ist, dass man 3D-gedruckte Teile möchte, dass man zugibt, eine Problematik zu haben, dass man in der Zielgruppe ist und dass man sich unterstützen lässt? Das ist halt die Frage. Und dieser Fehler, also diese Punkte werden am Anfang schon ganz, ganz groß falsch gemacht, dass wenn diese Punkte gar nicht erfüllt werden, dann kommt es im Nachgang erst richtig zu Problemen. Und dann fragt man sich, sowohl von Seiten des Dienstleisters als auch vom Anwender, ja gut, kann das überhaupt klappen? Warum haben wir das denn überhaupt angefragt? Wir wissen gar nicht, was unsere Zielsetzung ist, etc. Und dann zum Schluss, wenn man sagt, okay, man hat diese Anbahnung und das Interesse richtig gemacht, man hat gut beraten, natürlich gibt es am Ende dann irgendwelche Unsicherheiten und Rückfragen. Und ich kenne das von unseren Kunden, wenn man dann beim Dienstleister ablehnt und sagt, gut, ich lasse das, weil ich glaube, der kann die Toleranz nicht einhalten. Aber auch von Seiten des Dienstleisters, dass man sagt, gut, ich habe jetzt eine Ablehnung bekommen zu meinem Angebot, die wollen das nicht machen, weil das Material die Festigkeit vielleicht nicht hat und die sich einfach unsicher sind. Und wenn das schon gegeben ist und man sagt, ja hält das Bauteil denn überhaupt, was glauben Sie, was danach die Intention ist, dass man hier natürlich diese Fragen auch im Detail klärt? Und dazu muss man natürlich auch Rückfragen stellen. Und man kann im Endeffekt nicht in den Kopf des Gegenübers schauen und wirklich herausfinden, was sein wirklicher Knackpunkt ist, warum man das nicht machen möchte und was seine Unsicherheit ist. Und deswegen muss man das erfragen. Aber umso besser man im Vorfeld was gemacht hat, die Anbahnung und das Interesse, die Beratung, umso weniger kommen zum Schluss auch Fragen. Und dann ist man einerseits aber auch verwundert, dass die Bestellung sofort kommt und der Kunde so zufrieden ist. Auf der anderen Seite. Aber auch, dass der Anwender sagt, es hat von Anhieb einfach auch super gleich geklappt. Nicht gedacht, dass 3D-Druck so leicht sein kann. Der Punkt ist einfach nur, Sie müssen bestimmte Punkte in Form einer Checkliste auf dem Weg zur Umsetzung der Anwendung abhaken. Und wenn Sie dort einen Punkt vergessen, nur einen einzigen Punkt, dann ist dieser einzige Punkt dazu ausschlaggebend, dass 100% des Ergebnisses nicht da sind. Dort machen vielleicht 5%, die man vergisst am Anfang, 100% des Ergebnisses aus. Ob die Anwendung kommt als Auftrag oder ob die Anwendung nicht als Auftrag kommt an der Stelle. Also deswegen ist es so wichtig, am Anfang eine gute Bedarfsanalyse zu machen, wichtige Fragen zu klären und aber auch Commitment von beiden Seiten einzuholen, dass man das auch wirklich will. Denn jeder kennt sich in der Situation, dass man Musterteile angefragt hat und sagt, ja gut, der Dienstleister hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Oder der Dienstleister meldet sich eigentlich die ganze Zeit und der nervt jetzt schon und ich möchte eigentlich gar keine Teile drucken lassen. Ich wollte nur mal gucken, was mit 3D-Druck funktioniert. Es geht immer um das Commitment, was da mit eine Rolle spielt, ob und wie man sich in der Sache helfen lassen möchte und ob man ein gemeinsames Ziel hat. Und warum nicht ganz offen und ehrlich am Anfang kommunizieren und sagen, ich möchte da gerne mal einen Teil anfragen. Ich will einfach mal gucken, wie das ganze 3D-Druck technisch machbar ist und ich bin nicht gleich vorbelastet oder im Nachgang dann belastet, wenn ich dann enttäuscht werde. Also gehen Sie einfach mal offen an die Sache ran. Und egal, ob es jetzt Dienstleister sind oder Anwender, lassen Sie sich gut beraten. Lassen Sie sich dieses Commitment geben oder fordern Sie dieses Commitment entsprechend auch ein. Das ist wirklich wichtig. Wenn Sie einen Weg haben wollen, wie Sie dieses Commitment bekommen, jetzt habe ich Ihnen ja nur einen Bestandteil davon gezeigt, auf der Meta-Ebene. Wenn Sie da jetzt in die Tiefe gehen wollen und Sie sagen, da haben Sie sich jetzt wieder gesehen von beiden Seiten, kommen Sie zu uns in die Beratung. Kommen Sie ins kostenfreie Erstgespräch. Jemand von unserem Team wird Sie anrufen, wird am Anfang genau klären, ob und wie wir Sie da unterstützen können. Und dann sprechen Sie auch mit mir im kostenfreien Erstgespräch. Und Sie müssen dabei nicht super vorbereitet sein. Wir haben doch einen klaren Weg für Sie, wie wir auch herausfinden, damit Sie doch eine gute Entscheidung treffen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.